Liebe Gäste, wir haben natürlich viele Eltern, die an diesem Wochenende zu uns kommen, aus ganz Deutschland. Auch wenn es schneit, kommt man zu uns heute in die Halle, in die Karaisporthalle, unter anderem Pato aus Berlin. Dein Junge spielt bei der Hertha heute. Erzähl mal, wie gefällt es euch? Die ganze Familie ist aus Berlin zu uns gekommen. Wie gefällt es euch beim Free Wake Up? Ja, natürlich. Es ist wunderbar hier zu sein, bei diesem Turnier. Das ist sehr überragend vorbereitet. Wir sehen, dass alles hier richtig vorbereitet war. Wir waren schon in anderen Turnieren auch. Aber hier natürlich ist fast voll alles hier. Und ja, wir sind ganz zufrieden. Wir haben uns schon vorher vorbereitet für diese Turnier. Ja, und wir möchten, dass es weitergeht so bis jetzt, dass viele Mannschaften hier, ja, die Kinder geben alles Power. Und dann natürlich für uns Eltern ist das wunderschön, die Kinder, wie die Kinder entwickeln sich. Ja, Fußballerisch hier. Und das ist alles ruhig. Und dann ist alles in Ordnung. Die Sicherheit ist da. Und dann fühlen wir uns auch sicher hier. Ja, und ich hoffe, dass am Ende das bleibt alles so. Und wir erwarten mehr auf unsere Kinder. Okay, ganz kurz noch zum Schluss. Ihr spielt im Achtelfinale gegen die Mühlenkreis-Auswahl. Ja. Das wird, glaube ich, knackig. Ja, das wird ein schönes Spiel. Wir sind von hier. Ich habe schon gestern gesehen, dass die Leute sind da für die Mannschaft. Ja. Und wir sind auch für unsere Kinder da. Wir möchten natürlich, dass das Wichtigste, ein schönes Spiel entwickelt sich. Ja. Ja. Alles, ähm, nicht so viel Fouls. Ja. Und wir möchten, dass der richtige Fußball sehen. Das wäre... Und wer ist der Beste? Natürlich muss gewinnen. Genau. Dein Junge hat bei Hertha welche Trikotnummer? Die Nummer 8. Die Nummer 8. Die merken wir uns. Danke dir. Pato aus Berlin. Euch wünschen wir natürlich noch guten Aufenthalt. Trotzdem drücken wir euch und natürlich den Müllis die Daumen jetzt auf dem Feld. Der VfL Wolfsburg und Schalke 04. Viel Spaß. Dankeschön, Dankeschön.